Ich habe schon lange nichts mehr zwischen die Zähne bekommen. Hast du was für mich und meine Mannschaft oder suchst du nur Ärger? Setz dich kurz hin. Ich muss Kaffee aufsetzen. Vielleicht decke ich sogar den Tisch mit dem feinen Tafelzilber. Ja, ganz schlimm, wenn alte Leute versuchen, irgendwas zu können. Glaub ich auch. Zum Überlassungsband weniger abwecken. Wohin nicht. Muss ich wohl. Ja, auf meine Rohrtsang. Das haben wir wohl vergessen. Okay, ja gut, jetzt sind wir hier in dem Eis. Dingster, boomster, was wird denn? Jetzt wird es hier so neblich. Oh ja, nee. Der Teufel sagt, dass er gleich wiederkommt. Der Teufel ist eine Waffe. Ich hab ihn wiederholst. Ryan hat versprochen, dass von Tenens Gras gewissen hat. Und jetzt machst du hier seine Drecksarbeit. Ryan ist ein Penner und du? Ich brauch keinen scheiß E-Watt. Atlas! Ihr hört uns! Uns! Hör mir jetzt auf! Ja, ja! Ja, ja! Ja, ja! Ha, ha! Ha, ha! Nitros Flicer sind Newbie! So, ja, wem mit Ice. Das war ja voll... Eigentlich einfach. Eigentlich. Was war das jetzt? Wer hat dich Feigling genannt, Alter? Wer will noch was sagen, die Fresse? Ach du, ja! Ach, hab ja, Mensch. Oh, meine Waffen! Endlich wieder! Endlich hab ich euch wieder, Babys. Ich hab mich so vermisst. Upgrade schuppen! Upgrade schuppen! Wir graden dann mal ab. So dumm, dass wir nur eine Scheiß upgraden können. Was machen wir da? Nehmen wir Schrottgarn. Nehmen wir... Ach komm, wir graden unsere Lieblingswaffe ab. Ist die Pistole oder die Thompson? Ich weiß es nicht. Ach, wir machen es mal Thompson. Haken! Haken! Wir machen Outhack! Kein Bock, dass wir jetzt hacken. Oh, nice! Wir hören uns mal wieder schön zusammen. Und den macht uns jetzt mächtig Feuer untergetan! Der will 80% unseres Gewinns und droht damit unser Rhyme aus wie verwendet ich mitspiele. Der ist ein Rhyme aus. 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 Wenn wir bei Fortin bleiben, wir sind die Rhyme aus. Und wenn wir nicht weitergehen zu den Rhyme aus. Ich muss noch einen anderen beginnen. Aber mal ab, wer da auf mich heißt, du Idiot! Ja, gut, dass wir das geklärt haben. Jetzt sind wir ganz viel Schlau. Ja! Sollte es keine Ärger mehr geben. Wir treffen uns weiter vor. Mamo! Auf geht's! Mucklau verstecken! So lächst du zweites mit dem Geheimnis der Filzler aus. Mit der Verlierung der Filzler aus. Und wenn wir versuchen herauszufinden. Boah, das Janssen hat mit der Filzler aus zu tun hat. Das ist unglaublich. Klingt auch so. Aber ich komme nicht rein. Ich brauche deine Hilfe. Ich habe gar nichts mit Schichtverflicht. Ja, zu laut Musiker ist nicht gut. Merkt ihr das für heute? Ich werde sie nicht nehmen. Wo ist es? Ach da hinten. Hehehehe. So. Geh in Datenbank. Wau ich nicht. Oh, bin ich gut. Hab ich gut eine Flexer? Hab ich gut eine Flexer? ich weiß ja gut um verwechseln, brauchst du mir nicht sagen. Ach so, das ist ja gar nicht. Ja, ich hab gedacht, das schießt aber okay. So, wir haben ja alles. Nein, hier liegt was Tolles. Auf geht's. Wir sind alle hier runtergekommen, weil wir dachten, wir werden alle Glieder in Rheins großer Kette. Aber es hat sich herausgestellt, dass Rheins Kette aus Gold ist. Während unsere Ketten Schlösser haben und dicke Eisenkugeln. Hier raus geht oben mit Lord Frolic und Gumm's, die schärfsten Mädels. Drück auf den Scheitern oben in Überwachungskraum und lass mich rein. Oh, jetzt mich schon nur ein Alkohol, oder? Ach guck, der Hau, wir dröhnen uns richtig zu hier. Wenn wir schon nichts mitbringen wollen, dann mach es doch richtig. Boah, wenn du diesen Knopfdruckst wirst du erfahren, was es heißt, mein Feind zu sein. Das riskieren wir doch gerne, oder? So, wo ist der Scheiß Knopfdruck? Es oder auch? Here we go! Na, was jetzt hier ab da ist, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja. Es ist so dunkel hier drin, wenn dein Freund nur nach oben schauen und dich sehen würde. Vielleicht könntest du ihn warnen. Oder wenigstens... Warum denn? ...etwas tun. Ich wollte es aber sehen, hallo? Ich wollte es aber sehen, hallo? Sie sind überall. Ich kann sie nicht aufhalten. Und mich drücken. Hol meine Familie da aus. Wir treffen uns dann so schnell wie möglich wieder. Das können nicht tun, muss ich aber nicht. Oh, wenn du das nicht gefahren bist, das war ja auch so. Ja, das ist nicht gefahren. Boah, das ist nicht gefahren. Oh, das ist nicht gefahren. Oh, das ist nicht gefahren! Oh, voll freshe Action hier. Es ist meine Rolle, hallo? Was war das jetzt, ja? Ich spreche hier für das Terral davor, nicht ihr. Oh mein Gott, wir hören uns ein, äh, ne, ihr wisst schon. Oh, ich hab hier wieder zu geduldet. Achso. Ja, warum kann ich nicht Geld mehr aufnehmen? Ich versuchte hier rein wie ein Attentäter und versuch ständig aus dem Staub zu machen wie ein Dieb. Du bist kein Schnüpfer von der CIA. Wer bist du? Weshalb bist du hier? Nun gut, es gibt zwei Möglichkeiten mit einem Jetz rumzugehen. Man kann das Geheimnis aufdecken oder es beseitigen. Ich bin ein Fan von Beseitigen, aber ich lasse dir die Wahl. Na, auf jeden. Na, auf jeden. Dieser irische Mistkerl hat mir Handel angeboten. Hat er wohl gemacht. Okay, dann gehen wir jetzt nach Arcadia. Ja, Arcadia habe ich alles. Das ist der Typ eines... Jemand ist, der... Ach, kommt, ich verrate es nicht für diejenigen, die das noch nicht gespielt haben. Die wollen sich freuen an der Story eventuell vielleicht. Ich bin an diesen Ort gekommen, um was Unmögliche zu erbauen. Du aber bist gekommen in... Das ist nicht das schönste Ort in ganz Bioshoff, dieses Arcadia. Hier ist wirklich schön. Es ist einfach schön, ne? Ja. Ey, guck mal, die ist ein bisschen kopflos. Aber du musst dich... Dann kannst du dich später vielleicht an ihren Geschmack erinnern. Hat sie wenigstens keinen Kopfschmerzen mehr. Geh zur Tauchkugel bei der Broly Health. Sie wird sich direkt in die Höhle des Löwen bringen. Dann werden alle Schulden vollständig binnlich. Sieht ganz so aus, als würden einige harmselige Gestalten schon anfangen, Gespenster zu sehen. Gespenster. Brian hat gesagt, das sei eine Nebenwirkung der Plasmide. Die Erinnerungen des einen Schwachkopfes werden durch genetisches Sampling auf den anderen übertragen. Das ist so was von so... Ich sehe Menschen, die nicht da sind... Nein, falsch. Ich sehe Tote Menschen. Oh mein Gott! Was war jetzt lustig? Ich lag gleich mit, Alter. Oh, ich will sie schon tausendmal immer zu, diese scheißblöden... Hörblicherweise. Ja stimmt, das war doch jeder Spruch von die Vögel, ne? Sie sind überall, mein Gott, nein! Ach, das sind ja diese Huren so und bleißer, ne? Na, die sind fresh. Die hast du nicht drauf. Die sind nämlich so... Boah, Alter! Der entschieden ist hier nicht, ne? Ja, das ist eigentlich wirklich grafisch das beste Level, aber wie zum Beispiel... Hey, hierher! Ja! Ja, wenn ich mal stehen bleibst... Loser! Also, in Europa müssen hoch, wir gehen hoch, wir gehen hoch, dann machen wir das auch. Warte, hier lang! Da kann ich nur sagen, wie du einfach dumm bist. Ach, Houdini's Preis. Zwei Punkte, kein Foto, kein Foto, kein Foto. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Den. Den. Boah, ich will keine Genbank, ich wäre entweder ein Scheiß oder... Ich will Scheiß, ja. Na, hören wir es halt auch mal an, ja. Dieses Arcadia ist ab heute nur noch für zahlende Gäste geöffnet. Erst stellt der Mann mich ein, um einen Wald auf dem Meeresgrund zu pflanzen, und dann sorgt er dafür, dass ein Waldspaziergang ein Luxus für Privilegierte wird. Rhein fragt, sollte ein Farmer seine Nahrungsmittel nicht verkaufen dürfen? Ich sah mein Töpfer kein Geld mit seinen Töpfen verdienen. Ich wollte gerade anfangen, mich mit ihm zu streiten. Ich will wieder einfielen, wer mein Gehalt bezahlt. Das einzige, was schlimmer ist als ein Heuchler, ist ein arbeitslöser Heuchler. Ich lass mich schon wieder viel zu viel von diesen Geschichten ablenken. Boah! Ja, super. Ja, schnell danach warten wir dann. Geht auf! Ja, schön, wenn ich jetzt mal hier irgendwas zum Reden ausgeben hätte, ne? Ja, ich fähre jetzt. Oh, na, los, komm schon, Baby. Die ist irgendwie kalt aus. So, Ladies, geht auf. Na, viel Spaß mit dem Henkel. Ach, gut, dass wir Autohäcker haben. Brauchen Sie sich bescheuert anzustrengen. Das ist ein schlechtes Amateur! Scheiß Amateur! Hahaha, das ist doch Fail! Das war Amateur Fail, aber wirklich. Zu mir sagt der Scheiß Amateur, was macht er selber? Selber kann überhaupt nichts. Ja. 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 Ja.